So, los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes, was erwartet euch eigentlich? Wir nutzen eine API und NUXT, um mit D3 einen Aktienwert darzustellen. Ihr seht, ich habe nach einer ISEN-Nummer gesucht, sehe hier Apple, sehe ein paar Kontextinformationen, sehe einen D3-Grafen und all das werden wir heute selbst bauen mit, wie gesagt, einer API, NUXT als Tool im Frontend und Backend, das ist ein Hybrid-Tool und D3, um diesen Grafen da unten selbst zu bauen. Das alles werden wir machen, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um D3 bzw. um die Datenvisualisierung und alles, was damit zusammenhängt. Wir werden nämlich ein sogenanntes Candle Chart bauen, anhand eines richtigen Beispiels und zwar anhand eines Aktienkurses. Das Ganze ist ziemlich cool und macht viel Spaß und das Video heute wird deswegen gesponsert von Lemon Markets, die eine richtig coole API bereitstellen, um Aktieninformationen abzufragen, um zu traden, um alles rund um den Finanzmarkt und wirklich Trading quasi abzubilden. Wie das alles funktioniert, gucken wir uns gleich an, aber erstmal, welche Voraussetzungen braucht ihr denn für dieses Video? Dieses Video ist nicht für Anfänger, das heißt, wenn ihr noch keine wirkliche Erfahrung mit JavaScript, mit TypeScript, SCSS, also CSS in dem Sinne, oder halt auch View habt, ist dieses Video vielleicht nicht das Richtige. Also ich setze einiges voraus. Ihr solltet wissen, wie TypeScript funktioniert, ihr solltet wissen, wie View aufgebaut ist, im besten Fall sogar wie Nuxt aufgebaut ist. Das ist nämlich das Tool, das wir heute verwenden werden und auch generell schon ein bisschen mehr Erfahrung in der ganzen Richtung Webentwicklung besitzen. Aber ich werde alles zu D3 erklären. Also ihr braucht keinerlei Informationen oder Vorwissen zu D3. Alles, was damit zusammenhängt, werde ich euch vermitteln und wir werden uns das gleich angucken. Das wollte ich nur vorneweg sagen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer findet ihr Englisch zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, wo ihr Fragen stellen oder einfach mal Hallo sagen könnt. Ansonsten, ja, gucken wir uns jetzt mal an, wie wir die Daten von Lemon Markets abfragen und wie wir mit ihrer API unser Projekt umsetzen können. Also, los geht's! So, das erste Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, ist natürlich, woher bekommen wir unsere Daten, weil das ist die Grundlage, um überhaupt Daten visualisieren zu können. Das Video wird gesponsert von Lemon Markets und ihr findet hier die Webseite auch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Das erste, was man hier braucht, um mit dieser API zu arbeiten, ist ein Account. Den könnt ihr euch unten einfach anlegen und was genau hinter dieser API steckt und was man damit alles machen kann, wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Aber als erstes drücke ich hier oben auf Login und logge mich in meinen Account ein. Ihr seht hier, das YouTube Business läuft ziemlich gut. Ich habe hier eine Account Balance von 100.000 Euro. Das ist natürlich Spielgeld, weil man kann mit Lemon Markets, also mit der API dahinter, komplett traden. Also, man kann Aktien kaufen, verkaufen, man kann ETFs kaufen, verkaufen, man kann alles Mögliche machen, was man mit einem Broker so machen kann und dafür braucht ihr natürlich ein bisschen Spielgeld. Dieses Spielgeld könnt ihr einfach beliebig verwalten. Also, ihr könnt damit ETFs kaufen, Aktien kaufen, ohne euer wirkliches Geld anfassen zu müssen. Aber ihr könnt später natürlich das Ganze umstellen und damit auch real Werte manipulieren und eure ETF-Sparpläne ausführen, beispielsweise. Wir werden in diesem Video aber uns mehr mit der Visualisierung von Aktienkursen beschäftigen und deswegen brauchen wir einen Key. Und zwar brauchen wir einen Key, um uns gegen diese API zu authentifizieren. Und dafür klicke ich unten auf Make it Data und hier seht ihr schon, ich habe hier schon einen Key. Wenn ihr das natürlich noch nicht habt, müsst ihr hier auf den Knopf drücken, angeben, wie lang der gültig ist und wie der heißt, um dann diesen später benutzen zu können. Den braucht ihr. Also, wenn ihr mein Tutorial ausführen oder nachbauen wollt, dann müsst ihr quasi euch hier einen Key generieren. Wenn ihr später damit traden möchtet beispielsweise, braucht ihr allerdings einen zusätzlichen Key, um dann hiermit arbeiten zu können. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal die Dokumentation an, weil es ist ja natürlich ganz interessant zu wissen, was eigentlich genau hinter Lemon Markets steht. Und zwar ist das, wie gesagt, eine API. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, uns eigene Tools zu bauen, eigene Oberflächen zu bauen, die bestimmte Aktionen ausführen. Das Erste, was immer zugrunde steht, ist quasi eine Authentifizierung. Das erkläre ich jetzt nicht näher, weil, wie gesagt, wir brauchen so einen Key und wie das dann genau funktioniert, erkläre ich sowieso gleich im Laufe des Tutorials korrekt. Aber es gibt hier zwei große Kategorien, nämlich einmal Trading und Make-It-Data. Diese beiden großen Kategorien sind quasi einmal Trading, wo man wirklich mit der Lemon Markets API traden kann. Also, ihr habt hier verschiedene Schnittstellen, mit denen ihr euren Account manipulieren oder halt auch abfragen könnt, womit ihr Orders ausführen könnt oder halt eure Position abfragen könnt. Dazu machen wir in diesem Tutorial nichts. Wenn ihr dazu aber gerne mal was sehen wollt, dann schreibt das einfach in die Videokommentare. Was wir machen werden in dem Tutorial, ist uns mit der Make-It-Data beschäftigen. Und zwar hier wollen wir Instrumente, also Finanzinstrumente wie ETFs oder Aktien abfragen können, mithilfe einer ISIN. Und wir wollen uns dann den Kurs als OHLC ausgeben lassen. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir benutzen diese Schnittstelle, data.lemon.markets V1 Instruments, wo wir uns gegen authentifizieren und dann mithilfe einer ISIN suchen, welchen Kurs wir gerne nutzen möchten, um dann beispielsweise Detailinformationen über unseren Aktienkurs, über unser Finanzinstrument quasi darstellen zu können. Das Nächste, was wir dann im Anschluss machen, ist, wir benutzen die historischen Marktdaten. Und hier, wie gesagt, die OHLC-Schnittstelle, die finden wir hier unten, wo wir quasi Open High Low Close bekommen, also quasi wie stark der Aktienkurs sich so verändert hat an einem gegebenen Tag. Aber wir können das nicht nur auf einem Tag machen, sondern auch auf Stunden- oder Minutenbasis. Wir werden das auf Tagesbasis machen, aber das ist ziemlich einfach anzupassen. Also ihr habt die Basisschnittstelle und könnt dann einfach hier D1, H1 oder M1 dranhängen, um mal zu entscheiden, ob ihr Minuten, Stunden oder Tage sehen wollt. Außerdem müssen wir hier natürlich auch eine Authentifizierung durchführen und auch hier müssen wir einen Query-Parameter mit der ISIN mitgeben, sodass wir dann wirklich auch für einen gezielten Aktienkurs beispielsweise die Kursdaten erhalten. Das ist das, was wir mit der Lemon Markets API machen werden im Laufe des Tutorials, um uns quasi mit den drei richtig coole Graphen zu erzeugen. Wenn ihr aber, wie gesagt, mehr sehen wollt, andere Vorschläge habt, was man damit noch cooles umsetzen könnte, dann schreibt das auf jeden Fall unten in die Videokommentare, ich würde mich freuen und dann können wir gerne das in zukünftigen Videos auch behandeln. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was es noch für weitere Tools gibt, die wir in diesem Video verwenden. So, nachdem wir geklärt haben, welche Informationen wir eigentlich nutzen, beziehungsweise woher wir die erhalten, müssen wir jetzt noch klären, welches Tool wir denn nutzen, um so eine Website, so eine Web-Application zu bauen. Und ich habe mich hier für Nuxt entschieden, das hat drei Gründe. Nummer eins, ich finde das Framework wirklich cool, ich wollte es selbst einfach mal testen. Dann der zweite wichtige Punkt, es bietet uns die Möglichkeit, Code auf dem Server auszuführen, aber trotzdem im JavaScript- bzw. TypeScript-Raum zu bleiben und nicht auf eine andere Sprache wie PHP oder Python oder andere Tools auszuweichen, sondern wir können alles in einer Programmiersprache schreiben. Und das Schöne ist, wir können Vue nutzen, was vielen von euch ein Begriff ist und viele es auch regelmäßig einsetzen. Prinzipiell, wer noch nie mit Nuxt.js gearbeitet hat, unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link zu Fireship, dort ist ein super Video erklärt in 100 Sekunden, wie quasi dieses Framework funktioniert und warum es so praktisch ist. Ich werde gleich mein Entwicklungs-Setup, weil ich schon einiges vorbereitet habe, erklären, aber das ist jetzt kein Nuxt-Tutorial. Es ist auch nicht ganz so wichtig, weil der Kernfokus dieses Videos ja wie gesagt D3 ist. Aber was genau ist eigentlich D3? So, das letzte Tool, was wir vorneweg besprechen müssen, ist Data-Driven Documents. Data-Driven Documents, auch genannt D3, ist wohl das mächtigste Tool im Internet, um jede Art von Virtualisierung von Daten zu erzeugen. Das funktioniert unfassbar gut, basiert hauptsächlich auf SVGs. Es gibt auch eine Möglichkeit, hier mit Canvas zu arbeiten, aber hauptsächlich SVGs. Man darf Data-Driven Documents aber nicht mit so etwas wie Chart.js oder so kompletten Libraries vergleichen, sondern mehr als Framework, was euch Tools und Werkzeuge bereitstellt, die Berechnungen vereinfacht selbst vorzunehmen. Was das genau heißt, möchte ich einmal demonstrieren, wenn ich beispielsweise hier mir so ein Bar-Chart angucke. So ein 0815-Tool bei Chart.js wären das zwei Funktionen, die ich aufrufen muss. Wenn ich hier runterscrolle, sehe ich bei D3, ist das mehr. Und das hat den Grund, weil wir hier auf die Ebene gehen, selbst zu berechnen, diese Rectangles quasi auf dem SVG zu positionieren. Also wo die angezeigt werden, wie die angezeigt werden. Aber wir haben dadurch die Möglichkeit, alles zu editieren. Wir können sagen, wie diese Linien hier im Hintergrund aussehen, wie viel Abstand zwischen den einzelnen Balken ist, wie diese Balken aussehen. Wir können uns da richtig austoben und wirklich komplexe Situationen bauen. In unserem Fall, wir bauen ein komplettes Candle-Chart. Wie das alles funktioniert, werde ich jetzt im Laufe des Videos erklären. Wie gesagt, D3 ist ein Riesen-Framework. Wir kratzen hier auch nur an der absoluten Spitze des Eisbergs. Wenn ihr euch mal richtig in Staunen versetzen wollt, dann geht mal die Examples durch. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt gucken wir uns erst mal das Setup an, weil wir haben genug Theorie, denke ich. So los geht es mit dem eigentlichen Tutorial. Und wir sehen hier meinen Setup. Hier an der Seite sehen wir meinen Browser und so, wie das Projekt gerade aussieht, wenn ihr es bei euch auscheckt. Aber wie genau könnt ihr denn zu diesem Punkt kommen, wo ich gerade bin? Prinzipiell findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu GitHub. Dort könnt ihr euch einen Branch auschecken von dem Repository, was dort verlinkt ist. Der Branch heißt Tutorial. Und wenn ihr den auscheckt, sieht es eins zu eins so aus. Auf dem Master Branch bzw. Main Branch liegt aktuell die Version, die komplett funktioniert mit allem, was wir am Code haben. Also so wie der Code am Ende dieses Videos aussehen wird. Ansonsten, was habe ich hier alles gemacht? Ich habe hier ein NUX-Projekt aufgesetzt, habe hier das Wichtigste, eine ENV erstellt. Und in diese ENV habe ich quasi einfach meinen Token reinkopiert. Und ihr müsst keine Angst haben, dieser Token existiert nicht mehr in dem Moment, wenn das Video online geht. Aber ihr braucht so eine Datei, um quasi dieses Projekt nutzen zu können. Deswegen braucht ihr einen Token. Den müsst ihr euch bei Lemon Markets einmal quasi generieren und könnt den dann hier einfügen. Außerdem habe ich hier alle Komponenten angelegt, die wir schon oder die wir brauchen quasi. Die meisten davon sind leer. Also das Chart ist leer, hier ist leer, das ist leer. Make-it-Data-Instruments ist leer. Pair ist leer. Allerdings haben wir hier schon ein Logo. Das ist hier oben dieses SVG-Logo, was ich hier eingebunden habe. Und wir haben auch schon eine kleine Formular für diese Suche. Ich habe auf diesem Channel so viele Formular-Videos gemacht. Eines davon könnt ihr einfach nutzen. Prinzipiell, ich habe das hier schon vorbereitet. Das kann nicht viel. Ich erkläre auch gleich, was diese Komponente alles kann. Aber da ist schon ein bisschen was drin. Ansonsten habe ich hier oben eine Variable in SCSS, wo ein paar Farbcodes drin sind, Schriften geladen werden und der Hintergrundteil dunkel eingefärbt wird und so. Nicht wirklich interessant für dieses Video. Ich habe hier ein Search SVG. Das ist einfach diese Suche hier oben, diese Lupe. Schriften und mehr ist hier in Assets gar nicht. Ziemlich uninteressant. Schließen wir wieder. Hier haben wir die Types. Die habe ich schon vorbereitet. Die werden alle hier exportiert. Das sind alle Types von der API, die wir nutzen werden, sodass wir später ein bisschen besser damit arbeiten können. Aber dieses Video ist auf gar keinen Fall komplett durchtypisiert. Also wir werden vor allem in D3 häufig auch mal Any schreiben oder so, weil dafür müssten wir noch jede Menge zusätzliche Types anlegen. Und das kann ich jetzt in einem Video einfach nicht machen. Dann wäre das noch viel länger, als es sowieso schon ist. Ansonsten nutze ich Prettier, habe ich hier wie gesagt die Nux-Config, wo wir halt in jede Komponente direkt unsere Variablen laden, sodass die Farbvariablen immer bereitstellen. Und wir reichen hier auch einfach unsere ENV-Token durch, sodass wir hier leichter einfach mit Token in unserem Projekt darauf zugreifen können. Das eigentliche Projekt, seht ihr, ist relativ minimalistisch. Ihr könnt das ganze Projekt einfach über npm run dev starten. Dann müsst ihr das quasi hochfahren, natürlich davor einmal npm i, die ganzen Dependencies installieren, wobei ihr seht, sind nicht wirklich viele. Wir haben hier einmal Nuxt, wir haben SAS, wir haben D3 und die Types von D3. Vier Stück ist überschaubar, denke ich. Viel minimalistischer kann man hier kaum werden. Ansonsten alles, was wichtig ist, steht hier in der Readme oder halt unten in GitHub. Dort könnt ihr das alles einfach auschecken und wir legen jetzt als erstes mal los, um hier überhaupt unsere Daten abfragen zu können. So, dann beginnen wir mal mit dem ersten Kapitel und zwar das erste Kapitel dreht sich darum, wie dieses Formular hier funktioniert. Prinzipiell habe ich hier ja ein ziemlich volles Nuxt-Projekt schon und in unserem Fall habe ich hier in der App.view, was mehr oder weniger die Index-HTML bzw. Index-Datei unseres Programmes ist, habe ich hier schon unsere Komponente geladen. Das Logo hier oben, diese Komponente, stellt einfach nur das SVG dar und ist für uns komplett irrelevant. Hier steckt aber ein bisschen Logik drin. Und zwar Nuxt.js ist ein hybrides Framework. Also wir haben quasi Code, der auf dem Server und wir haben Code, der beim Client ausgeführt wird, ähnlich wie es bei PHP abläuft. HTML kommt zum Client. Alles, was quasi Richtung Backend ist, wird quasi nur auf dem Server ausgeführt. In dem Moment habe ich quasi die Möglichkeit, auf Routen zuzugreifen. Also zum Beispiel habe ich hier eine Domain. Diese Domain hat zum Beispiel einen Query-Parameter mit dem Namen Search. Diesen reiche ich hier einfach rein und um an diese Route zuzugreifen, muss ich die in Nuxt einmal so bereitstellen. In dem Moment, wenn ich die hier als Variable deklariere, kann ich die quasi einfach hier als Property an die Komponente LemonMarketSearch durchreichen. In dem Moment öffnen wir mal diese Komponente und gucken uns an, was ich hier gemacht habe. Als erstes, ich lade hier die Property, die wir gerade ja schon bestimmt haben, nämlich mit dem Namen init, ist typeString, ist nicht required und hat default einfach einen leeren String. Den beinde ich jetzt an unser Inputfeld, was hier oben in einem Formular steckt. Dieses Formular hat keine weiteren Funktionalitäten und nutzt quasi die Standardformularsyntax, dass bei einem Submit die Seite neu geladen wird. Dadurch, dass wir quasi Code auf dem Server ausführen können, wird in dem Moment in AppView quasi diese Sache hier befüllt und als Default gesetzt, sodass wir quasi dann Default einfach dieses Formular besetzen können oder halt, was wir gleich machen werden, einen Request zu starten. Wie genau funktioniert das? Wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach mal eine ISIN reinkopiere und das Ganze abschicke, dann lädt die Seite neu. Wenn ich jetzt hier oben die URL einfach mal nehme und damit ihr die wirklich sehen könnt, hier mal reinkopiere, sehen wir, wir haben unsere Domain. Das ist in diesem Fall halt meine Entwicklungsumgebung, localhost, Doppelpunkt mit dem Port 3000. Und da hänge ich einfach einen Parameter, nämlich Search, einen Query-Parameter, nämlich Search dran und den Wert, den wir hier eingetragen haben. Was heißt, immer wenn wir jetzt die Seite aktualisieren, können wir quasi auf diesen Query-Parameter zugreifen. Und das machen wir uns jetzt zunutze, indem wir eine Abfrage zu Lemon Markets stellen. So, das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist eine Datenbankabfrage zu erzeugen, beziehungsweise eine Abfrage Richtung Lemon Markets zu erzeugen, um unsere Informationen für unseren Stock zu erhalten. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wenn ich hier beispielsweise die Apple ISIN reinkopiere und abschicke, wissen wir ja, dass unsere Domain so aussieht, also dass wir hier einen Query-Parameter haben mit dem Namen oder beziehungsweise mit dem ISIN. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist darauf zuzugreifen. Das können wir hier einfach in TypeScript machen, indem wir sagen Use Fetch und sagen dann, okay, Use Fetch erwartet von uns hier einen korrekten Response. In unserem Fall definiere ich den als Instrument Response und natürlich noch einige Parameter, die wir hier übergeben müssen. Als erstes möchte ich nämlich hier einfach auf die Schnittstelle von Lemon Markets verweisen, nämlich auf Instruments. Da erwarten wir ja einen Query-Parameter, in unserem Fall ISIN, und wir wissen ja, den kennen wir schon, den können wir abfragen bei Seitenaufruf, nämlich das ist route.query.search. In dem Moment können wir aber noch nichts machen, weil wir müssen uns erst gegen die Backend-Schnittstelle von Lemon Markets, also gegen die API-Schnittstelle, authentifizieren. Das machen wir hier über die Definierung eines Headers. Und hier können wir jetzt sagen, wir würden gerne eine Authorization definieren. Und hier sage ich auch ein Template-String und definiere mir den Typ der Authentifizierung, nämlich ein Barrier-Token, und sage jetzt, okay, ich habe doch vorhin in der Config Token definiert, das kann ich doch einfach so verwenden. Das funktioniert nicht, auch wenn ich das Ganze hier ja dementsprechend verwaltet habe, können wir das so nicht aufrufen. Also wir müssen noch ein bisschen was dazu schreiben, und zwar müssen wir hier oben einfach die Config laden und diese Config hier unten verweisen, sodass wir quasi jetzt das Ganze abspeichern können, und wenn ich das aktualisiere, würde es auch korrekt geladen werden. Das Problem ist, wir können es so noch nicht wirklich gut verwenden. Das heißt, wir stellen uns hier eine Variable und sagen, okay, unser await verweist jetzt in die Variable, und hier drin definieren wir uns zum Beispiel erstmal, ist unsere Auffrage gerade pending, also lädt die noch? In dem Moment können wir zum Beispiel hier oben ein Template laden, sagen wir Template, und definieren uns hier eine Condition. Diese Condition ist einfach wie if, und sagen, okay, wenn es nicht mehr pending ist, dann wollen wir was aufrufen. Natürlich gibt es nicht nur pending, sondern wir können zum Beispiel auch direkt den Error abgreifen und sagen hier und, wenn es keinen Error gibt. Allerdings kann ich natürlich auch sagen, wenn es ein Error gibt, will ich eine Fehlermeldung anzeigen, zum Beispiel über einen Div-Container, wo ich eine Condition drauflege, wenn es ein Error gibt, keine Daten gefunden ist, soll dann angezeigt werden. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir auch direkt, keine Daten gefunden, funktioniert also wunderbar. Natürlich bekomme ich von unserer Schnittstelle auch richtige Daten zurück, das definieren wir als Data, und falls man mehrere Schnittstellen in einer Datei anspricht, sagen wir hier direkt noch, wir wollen Instrument aufrufen. Also Data wird jetzt zu Instrument. Und wir können hier oben jetzt sagen, und wir wollen nicht nur, wenn es pending ist und kein Error hat, was aufrufen, sondern auch wenn Instrument, in unserem Fall die Result-Länge, also die Anzahl der gefundenen Instrumente, soll einfach doch bitte größer sein als 0. Sonst kann das Ganze nicht aufgerufen werden. Das können wir hier auch mal kurz rausnehmen und das Ganze noch einmal verdoppeln, sodass das auch syntaktisch korrekt ist. Und in dem Moment können wir hier jetzt einfach einen Verweis machen auf Instrument. Und wenn ich das jetzt einmal neu lade, sehen wir, hier ist unser Instrument erfolgreich geladen. Sieht natürlich noch nicht schön aus. Das sollten wir jetzt noch anpassen. So, und das Erste, was wir hier anpassen wollen, ist, wir wollen auf eine Komponente verweisen, weil wir wollen solche Logik immer in verschiedenen Komponenten schachteln, sodass wir den Überblick behalten. Also wir haben hier eine Komponente, die heißt Lemon Market Instruments. Da wir Nuxt verwenden, müssen wir das auch nicht importieren oder deklarieren irgendwie, wie es in View üblich ist und können jetzt hier einfach sagen, wir wollen eine Property reichreichen, in unserem Fall Instrument. Und wir wollen jetzt einfach sagen, okay, zeige uns doch die Daten des ersten Instruments an, das wir gefunden haben, also Punkt Results und dann den ersten Wert des Arrays. Diese Komponente ist natürlich noch komplett leer, also die kann noch gar nichts. Wenn wir uns die angucken, sehen wir auch hier, sieht noch ein bisschen drohslos aus. Das Erste, was wir machen, ist, wir definieren uns hier oben mal, dass wir Prop Types nutzen wollen. Und ich definiere mir hier jetzt auch kurz, dass wir ein Prop haben, nämlich Instrument. Hier sagen wir, das hat ein Typ, nämlich ein Objekt vom Prop Type Instrument. Und wir sagen, das ist required, also wir brauchen diesen Typ, damit es funktioniert. Das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen uns hier oben, wir haben eine Diffbox Information. Hier drin haben wir einfach ein Label. Dieses Label verweisen wir jetzt auch noch auf zwei Werte von unserer Property, nämlich hier von Instrument auf den Titel und auf den Namen. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, müssten wir, wenn ich das Ganze hier aktualisiere, unsere drei Werte sehen, also Apple Inc., Apple Inc., das sieht doch schon mal wunderbar aus. Das Nächste, was wir machen wollen, hier das Ganze noch ein bisschen verschönern. Deswegen kopiere ich mir unten jetzt einfach noch Style rein, wo ich einfach sage, dass das bitte in so einer Column ist, dass das 100% Weite hat, dass unsere Schrift erst mal weiß ist, außer halt Label. Label wird Yellow. Das wird außerdem groß geschrieben und hier unten wird das weiß und der Titel wird größer als beispielsweise die eigentliche Schrift. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sieht unser Text quasi so aus, wie er auch in der Demo aussah. Das ist doch schon mal wunderbar. Das Nächste, was wir haben, wir haben ja immer noch so vier Werte da drunter gehabt, das Symbol, WKS und so weiter, WKN und so weiter. Hierfür erzeugen wir uns den Container und verweisen jetzt hier auf eine weitere Komponente, nämlich Lemon Market Pair. Und dieses Pair werden wir auch später noch häufiger verwenden. Und hier erwarten wir jetzt, okay, wir haben zum Beispiel ein Symbol und wir verweisen hier auch auf ein Value. Und das Value, was wir haben, verweist auf Instrument.Symbol. Und das Ganze machen wir jetzt viermal, weil wir haben vier Werte, die wir anzeigen wollen. In dem Moment haben wir quasi das noch weiter verschachtelt. Und wir können jetzt diese Komponente Lemon Market Pair aufrufen. Die kann ich hier einfach mal kurz öffnen. Und in dem Moment, wenn wir die geöffnet haben, können wir auch hier sagen, okay, Lemon Market Pair hat hier oben natürlich auch einen Verweis, nämlich einfach eine Diffbox mit Detail View. Und hier sagen wir Value, Label und verweisen das Ganze auf Properties. Und diese beiden Properties müssen wir natürlich auch noch definieren. Füge ich jetzt hier einfach ein, sage quasi auch hier haben wir zwei Properties. Einmal Name ist Required und vom Typ String. Und ein Value vom Typ String oder Nummer ebenfalls Required. Wenn ich das Ganze so abspeichere und das einmal aktualisiere, dann sehen wir, dass die Werte hier jetzt drinstehen korrekt, aber noch hässlich formatiert sind. Wir sagen also hier unten als erstes in unserem Style-Bereich, wir haben eine Klasse Detail Value. Wenn ich das Ganze abspeicher, rutscht das quasi ein bisschen untereinander. Und das Nächste, was wir machen, wir haben hier unseren eigentlichen Value-Bereich, wo ich zuweise, dass das Ganze doch bitte korrekt angezeigt wird. Und dann wollen wir auch noch die Schrift unseres Labels definieren, sagen zum Beispiel die Scale bis Uppercase und so weiter, speichern das alles ab und in dem Moment sind die Sachen hier richtig verwendet. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass die Sachen nicht korrekt nebeneinander rutschen. Wenn ich hier runterscrolle, sehen wir auch, woran das liegt, weil ich habe jetzt hier ja quasi nur Information gestaltet, aber wir haben ja hier noch unseren Container, den müssen wir jetzt natürlich auch noch definieren. Hierzu nutzen wir einfach ein Grid-System, also wir sagen Display Grid, Grid Gap 1 Rem, definieren uns 4 Columns, sagen 100% Weite und dass wir nach oben und unten ein bisschen Abstand haben. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, haben wir hier unsere 4 Werte und damit haben wir die Logik gekapselt. Also hier oben sagen wir, wir wollen unser Instrument anzeigen und zeigen jetzt hier unser Instrument an. Damit ist der erste optische Part schon abgeschlossen und wir können uns mit dem nächsten Part beschäftigen. So und los geht's mit dem Laden von Marktdaten. Wir wollen jetzt hier unsere OHLC-Daten laden, dafür öffnen wir als erstes unsere App.View und hier lade ich eine Komponente. Diese Komponente heißt Lemon Market Chart und die öffnen wir jetzt auch mal eben. Vorher sollten wir natürlich App.View speichern, das hier können wir schließen und haben jetzt hier unsere noch sehr leere Komponente. Das sollten wir jetzt als erstes mal ändern und zwar laden wir hier ein bisschen TypeScript, dasselbe, was wir gerade auch schon gemacht haben. Das heißt, wir importieren unsere Route und unsere globale Config, sodass wir auf unseren Token zugreifen können. Außerdem brauchen wir auch hier wieder unseren Fetch und natürlich nicht nur unseren Fetch, sondern auch hier brauchen wir wieder unsere Variablen, nämlich Data, Pending und Error. Natürlich wollen wir auch hier mit dem Fetch einen bestimmten Type abfragen, in diesem Fall ist das der OHLC-Response und auch hier erwarten wir quasi, dass wir einen Template-String übergeben in unseren Fetch, wo wir natürlich auf die Lemon Market-Schnittstelle zugreifen. Das ist in diesem Fall HTTP, Data und dann halt V1, OHLC. Wir wollen hier halt auf die einzelnen Tage zugreifen. Das wurde in der API so beschrieben, dass wir hier quasi slash D1, also für Tage quasi die Daten haben möchten. Ihr könnt hier aber wie gesagt auch für Stunden oder für Minuten die Tage abfragen. Wie auch gerade eben schon, wollen wir jetzt einige Parameter übergeben, also Query-Parameter. Und das erste, was wir übergeben wollen, ist ISIN. Allerdings haben wir ja nicht nur ISIN in dieser Schnittstelle, sondern wir haben auch UND FROM und wir haben vor allem auch noch einen dritten, nämlich UND TO. Alle drei erwarten von uns natürlich jetzt TypeScript, deswegen kopiere ich mir mal eben hier diesen Template-String-Block rein und sage, okay, als erstes wollen wir unsere ISIN laden. Das haben wir gerade schon gemacht, was heißt, wir gehen einfach in unsere Route, sagen Query und wollen hier gerne den Query-Parameter mit dem Namen Search abfragen. FROM und TO sind zwei ISO-Strings, was heißt, wir brauchen jetzt zwei zusätzliche Variablen. Einmal sage ich TO, das ist einfach NEW DATE, damit erschaffen wir uns quasi den Tag von heute und ich schreibe jetzt hier einfach TO rein. Und wie gesagt, das muss ein ISO-String sein, deswegen sage ich jetzt einfach, okay, mach mir daraus bitte ein ISO-String. FROM ist natürlich in der Vergangenheit, dafür kopieren wir uns das jetzt einmal und sagen, okay, das ist jetzt nicht TO, sondern FROM. Und FROM ist natürlich weitergedacht, also wenn wir jetzt nur ein NEW DATE nehmen, funktioniert das nicht, sondern wir müssen jetzt hier drin unseren DATE bestimmen, indem wir sagen NEW DATE.SET DATE und sage dann hier TO, GET DATE, was heißt, wir nehmen den Tag von heute und erschaffen uns daraus ein neues Datum. Und in meinem Fall sage ich jetzt einfach, wir wollen gerne ein bisschen in die Vergangenheit gehen, in meinem Fall 55 Tage. Das müssen wir jetzt natürlich auch noch hier rein kopieren und natürlich müssen wir hier auch noch ein ISO-String draus machen. In dem Moment, wenn ich das gemacht habe, funktioniert es natürlich noch nicht, weil wir auch gerade eben müssen wir uns authentifizieren an der API-Schnittstelle. Das machen wir genauso wie gerade eben. Wir erzeugen uns dazu ein Options-Objekt, ein Header und eine Authorization mit unserem Barrier-Token aus unserer globalen Config. Das speichern wir jetzt ab und damit sind wir hier schon mal gar nicht schlecht dabei. So, dann kümmern wir uns mal darum, auch wirklich was im Template anzuzeigen und hierfür brauchen wir, wie auch gerade, einfach einen kleinen Template-Block hier oben. Das heißt, wir sagen Template und hier drin haben wir quasi zweimal den Template-Tag und zwar einmal, um das ganze Ding zu wrappen. Dann sollten wir das hier unten natürlich wieder rauslöschen, dass das hier alles korrekt angezeigt wird und hier oben einmal für unseren eigentlichen Datensatz. Denn unser eigentlicher Datensatz bezieht sich auch, wie alles andere, quasi auf eine View-Komponente und wir sagen hier Lemon Market Chart OHLC und diese Komponente erwartet von uns ein Input Property, nämlich OHLC. Den müssen wir jetzt definieren. Aber wir können nicht einfach irgendwie unsere Daten von hier da reinreichen, weil wir wollen ja quasi später diese Werte, die hier angezeigt werden sollen, verändern. Also wir wollen die über unseren Graph editierbar machen. Nun, hierfür brauchen wir also einen reaktiven State. Den füge ich mir jetzt hier einfach ein. Das Ganze kann ich auch mal ein bisschen schöner formatieren. Und unser State wird einfach über reactive und dann ein Objekt definiert und der Name unserer Variable, den wir hier definieren, ist einfach current OHLC und wir sagen hier einfach null. Das heißt, sobald sich diese Variable verändert, wird quasi unser Template manipuliert. Wir können jetzt hier oben einfach sagen, okay, wir haben unseren State und verweisen das auf unsere Variable current OHLC. Der ist natürlich jetzt null. Wenn ich das Ganze jetzt so abspeichern würde, würde nichts passieren und hier würde auch nichts angezeigt werden. Das heißt, wir benutzen jetzt als Fallback, wenn wir noch keinen State gesetzt haben, sagen wir einfach, okay, wir laden hier unser Data Punkt und dann Results, weil wir wissen ja, es ist ein Array. Und hier wollen wir gerne den letzten Wert unserer Results laden. Das heißt, wir nehmen Data Punkt Results Punkt Length, also die Länge unseres Arrays minus 1, speichern das Ganze ab und übergeben jetzt so als Fallback-Lösung quasi den letzten Wert unseres Arrays hier rein. Wenn wir aber im nächsten Kapitel quasi uns darum kümmern, current OHLC zu manipulieren, würde das quasi bevorzugt genutzt werden und angezeigt werden. Diese Komponente hier kann natürlich noch nichts, darum sollten wir uns jetzt kümmern. Deswegen öffne ich die einmal und hier sehen wir, da ist noch relativ wenig drin. Das ist nicht weiter tragisch, aber wir können uns hier den Script-Block quasi 1 zu 1 kopieren, weil wir haben hier nur eine Input-Property. Die Property heißt OHLC, ist vom Typ Objekt, hat den Property-Type OHLC, damit wir genau wissen, was es ist und wir haben hier einen Require-Tag. Wie auch gerade eben haben wir hier drin einfach einen kleinen Container-Block, das heißt, wir sagen, wir haben eine Div-Box mit der Klasse Container und klauen uns von unserer alten Komponente, die wir gerade eben hier oben schon gemacht haben, quasi unseren CSS-Part, sodass wir auch innerhalb unseres Container-Blocks hier alles genau in vier Spalten sortieren. Auch was wir gerade eben ja schon genutzt haben, ist die wunderbare Komponente Lemon-Market-Pair und diese Komponente hat natürlich, wie auch gerade eben, zwei Input-Properties, nämlich einmal einen Namen. In diesem Fall sage ich zum Beispiel, unser erster Block hier heißt Open und bezieht sich natürlich auf einen Value. Dieser Value-Wert ist ein bisschen anders als das, was wir gerade gemacht haben. Also wir beziehen uns hier auf OHLC, also unsere Input-Property, sagen unseren Open-Wert, wollen aber an unseren Open-Wert gerne noch einen kleinen Euro-Zeichen dranhängen und das Ganze ist damit schon fertig. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und einmal neu lade, dann sehen wir hier wunderbar unseren Open-Wert. Das ist natürlich nicht alle, das ist natürlich der einzige Wert, den wir anzeigen wollen. Deswegen füge ich jetzt hier auch noch High, Low, Close ein. Wenn ich das Ganze abspeichere, haben wir unsere vier Werte hier generiert und sind damit ready, unseren eigentlichen Graphen zu bauen. So, alles, was vorher war, ist quasi jetzt irrelevant und wir beschäftigen uns jetzt, wie wir diesen Graphen erzeugen. Also mit dem eigentlich spannenden Part dieses Videos, alles vorher war, ja, mussten wir machen, damit wir diesen Graph überhaupt einsetzen können. Als erstes brauchen wir, wie bei jedem D3-Objekt, hier oben erstmal ein SVG. Dieses SVG muss gar nicht viel können, bis auf eine Klasse zu besitzen. Diese Klasse nennen wir in diesem Fall einfach Graph. Könnt ihr natürlich anpassen, wie ihr wollt, vielleicht das ganze Speicher passiert ja auch hier noch nichts, weil wir haben hier noch nicht wirklich etwas gestaltet. Natürlich brauchen wir jetzt zwei Imports. Nämlich hier direkt in dem TypeScript-Bereich definiere ich mir einmal den Import zu D3 und den Import zu den Properties. Und auch in dieser Komponente erwarten wir natürlich Properties, das kopiere ich mir mal eben komplett rein, weil das haben wir jetzt ja schon x-mal gemacht. Nämlich, ich erwarte hier eine Data-Property und diese Data-Property hat den Typ Array und erwartet von uns einen Array von OHLC-Objekten und ist required. In dem Moment, wenn wir das getan haben und ich das hier später verwenden möchte, müssen wir jetzt Data erstmal zuweisen. Deswegen speichere ich das ab, gehe hier in unsere Chart-Component und sage jetzt hier in unserer Chart-Component, und ich würde doch gerne einfach mal unsere Graph-Component hier öffnen. Hierzu definiere ich mir innerhalb unseres Templates einmal eine Div-Box mit der Klasse Graph und sage jetzt hier, ich habe unsere Graph-Component, die sollten wir natürlich richtig importieren, nämlich so, und setze hier unser Data-Objekt. Unser Data-Objekt bezieht sich einfach auf Data.Results und in dem Moment, wenn ich das abspeichere, kann unsere Lemon-Market-Charts-Craft-Komponente auf unsere Results zugreifen. Allerdings möchten wir ja später, wenn ich hier mit der Maus rübergehe, ein Event aus unserem Chart an zum Beispiel unsere OHLC-Komponente hier oben durchreichen. Um das zu tun, müssen wir ein Event definieren. Das Event nenne ich jetzt einfach UserSelection, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt, ist einfach eine Variable, die ihr definieren könnt, und dieses Event ruft eine Funktion auf, wenn das ausgeführt wird, wie auch ein Click-Event, und diese Funktion heißt Change und übergibt ein Event, was auch immer aus dieser Komponente zurückkommt. Dieses Event müssen wir, oder diese Funktion müssen wir jetzt natürlich definieren, was heißt, ich sage hier unten, wir haben eine Function, und diese Function ist Void, also return uns nichts, weist aber etwas zu, nämlich haben wir hier State, und wir wissen ja, innerhalb von State haben wir eine Variable, current OHLC, und wir würden gerne hier OHLC zuweisen. Und welche Überraschung? Wir übermitteln als Event an diese Funktion OHLC, also wenn wir auf einen Wert hier drin klicken, übermitteln wir diesen Wert an die Parent-Component, also an die Lemon-Market-Chart-Component, um das dann quasi hier oben anzuzeigen, weil dann das hier nicht mehr null ist, sondern was auch immer aus der Child-Component nach oben durchgereicht wird. Dieses Event, das nennt sich in View Emit, müssen wir natürlich noch definieren, das haben wir aktuell noch nicht, also wir können noch nichts emitten, das geht aber richtig einfach, und zwar sagen wir einfach in unserem Default-Objekt, sagen wir, wir haben einen Emit, und zwar User Selection. Mehr müssen wir gar nicht machen, damit können wir arbeiten, aber nachdem wir das Emit jetzt definiert haben, können wir uns darum kümmern, hier erstmal unseren Graphen bzw. unser SVG richtig zu zeichnen, das gibt es im nächsten Kapitel. So, um unseren Graphen generell zu zeichnen oder allgemein zu zeichnen, braucht unsere Komponente einige Variablen. Dazu definiere ich mir hier unser Data und sage, okay, in Data returnen wir ein Objekt, also jede Menge Variablen. Einmal wollen wir eine Höhe und eine Weite, in meinem Fall sage ich 750 und 350. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr hiermit das Verhältnis des Graphen darstellt, weil die Skalierung wird später eh dynamisch und responsive angepasst. Außerdem wollen wir ein Objekt definieren, nämlich Margin, und hier definieren wir den Abstand unseres quasi eigentlichen Graphen zu unserem SVG an sich. In dem Moment können wir das Ganze so lassen, was wir aber hier definitiv machen müssen, ist ein bisschen CSS für unseren Graphen definieren. Und zwar sage ich jetzt hier unten in unserem CSS-Part würde ich gerne unser SVG ansprechen und hier das SVG mit der Klasse Graph und definiere hier ein paar Variablen bzw. Attribute, nämlich einmal Weite, Höhe, Hintergrundfarbe, Border Radius und eine Color, speichere ich jetzt ab. In dem Moment sehen wir, wird korrekt generiert. Mehr müssen wir erstmal in CSS gar nicht machen. Was wir jetzt aber zusätzlich erzeugen müssen, ist in dem Moment, wenn unsere Komponente geladen ist, also mounted wurde, dann wollen wir etwas ausführen. Und nur in diesem Moment wollen wir eine Funktion triggern, nämlich Sys und dann Draw D3. Diese Funktion müssen wir gleich definieren, aber wir brauchen noch etwas weiteres, und zwar D3 muss immer neu gezeichnet werden, wenn der Nutzer das Browserfenster verändert. In dem Moment brauchen wir einen Zugriff auf einen Event-Listener, ebenfalls in mounted, und zwar sagen wir window.event-Listener und greifen hier oder rufen bei einem Resize-Event D3 nochmal auf, also Draw D3 rufen wir hier nochmal auf, und damit wir nicht irgendwie Performance-Probleme kriegen, sagen wir, sobald diese Komponente nicht mehr da ist, removen wir den Event-Listener mit der Funktion Draw D3. Diese Funktion Draw D3 müssen wir natürlich definieren. Hierfür gibt es die Hilfe, dass wir sagen, Methods und definieren uns hier einfach unsere Funktion D3. Diese Funktion D3 ist natürlich so noch nicht zu verwenden, die kann natürlich noch nicht wirklich etwas, nämlich als erstes sagen wir hier, wenn wir unseren Graph zeichnen, wollen wir erstmal einen sauberen Canvas haben. Also wir wollen alles rauslöschen, was aktuell in diesem Graphen zu sehen ist. Aktuell ist der halt leer, aber später wird der halt voll sein, und das müssen wir jedes Mal wieder aufräumen, damit wir sauber starten können. In dem Moment brauche ich eine Funktion clearSVG, die müssen wir uns definieren, weil diese Funktion gibt es ja so noch nicht. Deswegen sage ich jetzt hier clearSVG, und diese Funktion ist sehr klein, die greift nämlich einfach nur auf eine Variable zu, nämlich getSVG, und sagt, dass das innerHTML in diesem SVG bitte gelöscht werden soll. Diese Variable getSVG gibt es aber so in dieser Form auch noch nicht. Die müssen wir jetzt erzeugen, und in view gibt es dafür die schöne Möglichkeit, dass wir uns computed variables erzeugen können. Also wir können quasi Variablen erzeugen, die nicht direkt Variablen sind, sondern Funktionen eigentlich, die uns etwas returnen. In unserem Fall returnen die ein Element, was heißt, ich sage hier return, und dieses Element ist einfach unser SVG-Graph, also documentQuerySelectorSVG mit der Klasse Graph. In dem Moment wird jetzt hier immer, wenn ich ein ResizeEvent auslöse, bei einem drawD3 alles gelöscht. In dem Moment speichere ich das Ganze mal ab, aber es passiert ja noch nicht wirklich was. Das, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist uns erstmal unser eigentlichen Graph zu erzeugen. Dafür weise ich jetzt in unserer Funktion d3 einfach eine Variable zu, nämlich svg, d3, select, und dann sys.getSVG. Also wir beziehen uns hier wieder auf unser SVG und definieren uns jetzt eine sogenannte ViewBox. Diese ViewBox ist quasi der eigentliche Referenzpunkt der Childs in einem SVG. Wir sagen hier also svg, attribute, ViewBox, und weisen uns hier unsere eigentliche ViewBox zu über die beiden Variablen, nämlich height und width, definieren wir jetzt die Größe. Das speichern wir jetzt ab und ihr seht, es hat sich ein bisschen editiert. Und was wir jetzt machen müssen, ist unsere Achsen erzeugen. Das ist aber ein eigenes Kapitel und damit geht es gleich weiter. So, und das geht es mit der eigentlichen Graph-Erstellung beziehungsweise mit dem Erstellen von Achsen. Aber wir wollen erstmal, dass unser Feld hier ein bisschen größer wird. Dafür gehen wir hier in Lemon Market Charts und hier oben haben wir unseren Div-Container Graph erzeugt und dem müssen wir hier unten noch eine Weite entsprechend mitgeben und sagen hier, okay, wir haben eine Weite von 100%. Wenn ich das gemacht habe, dann rutscht diese Div-Box in dem Moment, wenn ich das aktualisiere, auf 100% und ist einfach größer geworden, um damit besser arbeiten zu können. Das nächste, wir öffnen wieder unseren eigentlichen Graphen und wir müssen jetzt unsere Achsen erzeugen. Wir beginnen mit der Y-Achse, also der vertikalen Achse, und hierfür brauchen wir einen sogenannten Scale, weil unseren Datenset, das wir ja bekommen, besteht aus zwei Achsen. Einmal, wir haben ja eine Zeit, also wann genau unsere Aktienwerte gekommen sind und natürlich die Werte an sich. Unsere Y-Achse, also die vertikale, beschreibt quasi einfach die Zahlenwerte, also unsere Euro und anderen Informationen, die wir hier oben ja schon ausgeben, die wollen wir jetzt hier auf der vertikalen Achse verteilen. Dafür brauchen wir einen Scale. Diesen Scale definiere ich als computed value und sage, wir returnen hier etwas, nämlich einmal beziehen wir uns jetzt wieder auf D3 und nutzen innerhalb von D3 einen Scale, nämlich Scale-Log, und jetzt müssen wir zwei Werte definieren. Einmal eine Domain und eine Range. Also ich definiere jetzt einmal eine Funktion hier hinten dran, die heißt Domain, und eine zweite Funktion, ups, das war falsch, eine zweite Funktion, die heißt Round Range, und hier definieren wir unsere Range. Aber was sind diese beiden Geschichten? Unsere Domain ist quasi der Start- und Endwert unseres aktuellen Bereichs. Also in unserem Fall brauchen wir einen Min- und einen Max-Wert unseres gesamten Datasets. Das Schöne ist, D3 bietet uns hierfür Hilffunktionen ab, nämlich einmal eine Min-Funktion, Komma, und hier haben wir ebenfalls noch eine Max-Funktion. Also wir haben hier zwei lustige Funktionen, die uns unseren Min- und Max-Wert beschreiben. Das Schöne ist, wir können jetzt hier einfach unser Dataset reinschmeißen, also wir wissen ja, das kommt hier oben über die Property Data, deswegen sage ich hier in Min einfach Sys.Data und sage Komma, und wir wollen jetzt hier unseren Datensatz beschreiben, also wir wollen ja nicht quasi jeden einzelnen Wert innerhalb unseres Objektes durchgehen, sondern wir wollen hier einfach gucken, dass wir uns bei unserem Min-Wert auf unseren D.L beziehen, also auf unseren Low-Datensatz, diesen hier. In dem Moment ist das hier korrekt und wir kriegen den richtigen Min-Wert. Dasselbe brauchen wir jetzt aber auch nochmal für unseren Max-Wert. Deswegen kopiere ich mir das hier jetzt einmal und füge das hier hinten einfach ein. In dem Moment beziehen wir uns aber bei unserem Max-Wert nicht auf unseren Low-Punkt, sondern auf unseren High-Punkt, was heißt, wir gehen jetzt durch alle unsere Datensätze durch und greifen hier auf unseren High-Punkt zu. Das bedeutet, unsere Domain beschreibt jetzt quasi den kleinsten Low-Punkt in unserem gesamten Datensatz und den höchsten High-Punkt in unserem gesamten Datensatz und das ist unsere Domain. Und jetzt erzeugt uns D3 damit quasi einen Scale, womit wir später auch die Y-Positionierung unserer einzelnen Candle-Chart-Elemente quasi vornehmen können. Das nächste, wir brauchen eine Range, in diesem Fall eine gerundete Range und diese gerundete Range ist ebenfalls wieder ein Start- und Endwert, aber diesmal kein fachlicher Start- und Endwert, sondern ein quasi Größenendwert. Also wo genau, bei welchem Pixel startet diese Range und wo endet sie? So, um unseren Range-Round jetzt zu definieren, starten wir natürlich erstmal mit der Höhe als Startwert und zwar sagen wir, okay, Sys-Height. Der zweite Wert, den wir hier bestimmen wollen, ist natürlich der Endwert. Wir beginnen hier oben, das ist der Startwert. Die Höhe geht also quasi einmal runter, um zu bestimmen, wie groß das Ganze ist. Was bedeutet, unser Startwert hier oben müsste irgendwo hier liegen, nämlich der Abstand Margin, also Sys.Margin.top. Also unser Zielwert ist quasi der Wert hier oben mit dem Abstand unseres Margins und natürlich müssen wir unseren Margin-Bottom hier berücksichtigen und ziehen den hier einfach ab, sodass wir jetzt quasi, wenn wir unseren Scale angucken, nicht mehr die gesamte Höhe dieses Containers haben, sondern nur noch den Bereich des Containers, der durch unseren Margin und unsere Höhe vorgegeben ist. Also wir haben jetzt von unten ein bisschen Platz und von oben ein bisschen Platz und hier soll jetzt unser Scale erzeugt werden. Das speichern wir jetzt so ab und damit haben wir unseren Scale auch soweit vorgesehen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich eine Funktion zu bauen, die uns unsere Y-Achse auch wirklich zeichnet. Hierfür gehen wir hier runter und erzeugen uns eine Achse beziehungsweise eine Funktion, die nennen wir einfach Create Axes und sagen, okay, das ist eine ganz normale Funktion, die uns etwas returnt und was jetzt hier dann returnt wird, ist ganz einfach und zwar habe ich hier als Property ein G-Element. Ein G-Element in SVGs ist einfach so was wie eine Gruppe und diese Gruppe geben wir hier als Input-Parameter rein. Das sagen wir also G und jetzt sagen wir als erstes, wollen wir diese Achse positionieren auf unserem Canvas. Um die Achse auf unserem Canvas zu positionieren, brauchen wir jetzt natürlich ein Attribut und dieses Attribut kennt ihr natürlich, weil das habe ich auf meinem Kanal schon unzählige Male verwendet, nämlich Transform. Und Transform beschreibt natürlich immer eine Möglichkeit, etwas zu transformieren, also an x und y auszurechnen. Dafür brauchen wir ein Template-String und sagen hier drin einfach Translate. Translate besteht aus einem y- und einem x-Wert, also ich sage hier zum Beispiel y, x und ich weiß, dass unser x-Wert natürlich 0 ist, weil wir beschreiben ja die y-Achse, was heißt, unser x-Wert ist 0, das ist ja der Wert, quasi der Startwert unserer x-Achse, die ja gleich noch kommt. Unser y-Wert ist allerdings nicht ganz so simpel, hier brauchen wir ein bisschen Zahlen und zwar sagen wir sys.margin.left. Außerdem wollen wir noch so ein klein bisschen Abstand dazu bringen, also wir wollen ja unsere Achse nicht direkt hier auf der Kante starten, sondern unser Margin berücksichtigen und hier noch ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen, deswegen sagen wir minus 5 und sys.margin. In dem Moment ist das Ganze hier auch schon wunderbar drin und wir können auch, wenn ich jetzt hier unsere Achse nehme, das Ganze schon einmal aufrufen, weil wir callen mal hier runter, das wird alles in unserer Draw D3-Funktion benutzt und hier machen wir jetzt, okay, wir haben ja hier unser SVG definiert und unser SVG bekommt jetzt von uns einfach ein weiteres G-Element. Unser G-Element hängen wir hier einfach dran mit append g und jetzt rufen wir eine Funktion von D3 auf und zwar sagen wir call und sagen jetzt einfach, okay, erzeuge uns doch hier bitte einfach mal mit der Funktion create y-Achse, die wir hier oben definiert haben, unsere Achse, speichern das Ganze ab und in dem Moment sollte jetzt unsere Achse erzeugt werden. Wir sehen natürlich noch nichts, wenn ich hier aber mal reinklicke und das Element untersuche, sehen wir, wir haben hier unser SVG und hier unsere Transform, also die Gruppe, die wir hier oben erzeugt haben und hier sehen wir auch, wir haben 45 Pixel, also Margin Left. Margin Left wissen wir, ist hier 50 Pixel, wir ziehen davon ja 5 ab, deswegen 45. Damit haben wir also unsere Gruppe hier drin schon mal richtig erzeugt. Was uns jetzt natürlich fehlt, ist noch ein bisschen mehr Logik, dass man auch wirklich die Zahlenwerte korrekt sieht. Das Erste, was wir aber hier oben gestalten wollen, ist, wir wollen in unserer Achse nicht nur ein Attribut Transform benutzen, sondern wir wollen auch die Font Size definieren, in diesem Fall ein Rem und was wir auch machen wollen, hier drin eine weitere Funktion callen und das ist eigentlich jetzt der spannende Part und zwar innerhalb dieser Funktion rufen wir D3 auf und zwar sagen wir D3 und wir wollen jetzt eine Achse erzeugen. In D3 haben wir eine Funktion, die nennt sich Axis Left, es gibt natürlich auch Axis Top, Bottom, Right und so weiter und hier beziehen wir uns jetzt auf unseren Scale, also den Scale, den wir hier oben definiert haben, damit erzeugen wir die Achse und diese Achse können wir jetzt abspeichern und jetzt sehen wir, hier haben wir jetzt etwas erzeugt. Wunderbar, unsere Achse ist drin und das Schöne ist, dieser Scale verhält sich halt wie alles, also der ist quasi anhand unseres Datasets definiert, was heißt, wenn der kleinste Wert 5 ist, wird sich das hier auch entsprechend verändern, weil wir den Scale ja entsprechend unseres Min und Max Wertes, unseres Datasets bestimmen und nicht irgendwie hartcodiert da reinschreiben. Aber das sieht natürlich noch nicht so aus wie unser Beispiel, wir können jetzt hier nämlich festlegen, wie viele Ticks wir zum Beispiel anzeigen wollen. Das kann ich einfach sagen, indem ich sage Punkt Ticks 1 und jetzt haben wir hier deutlich weniger. Wir können auch sowas hier dran machen wie Ticks 5, dann sind hier jetzt 5 Ticks oder wir können hier drin sagen Tick 10, dann haben wir 10 Ticks, also wir können das quasi vorsetzen. Außerdem würden wir gerne unsere Ticks, also die einzelnen Werte hier an der Seite, formatieren. Das können wir mit der Funktion TickFormat. TickFormat erwartet von uns jetzt eine Number, weil wir wissen ja, okay, das sind Number, die wir hier verarbeiten und definieren das Ganze einfach als Arrow Function und können jetzt sagen, okay, unsere Number würden wir gerne ein bisschen umformatieren, nämlich unsere Number und dahinter hängen wir ein Eurozeichen, speichern wir ab und jetzt sehen wir, wir haben hier ein Eurozeichen dran gehängt, das ist ein bisschen kleiner der Seite, dadurch, dass ich das hier in diesem Previewfenster habe und wir sehen jetzt hier, wenn ich das öffne, haben wir unseren Tick und wir sehen jetzt 125 Euro. Also ihr könnt quasi die Ticks auch komplett custom formatieren. Ihr könnt hier auch an das quasi irgendwelche Font Size Elemente dranhängen und so weiter. Das nächste, was wir machen wollen, wir wollen das Ganze anhand der einzelnen Domain skalieren. Also wir wollen quasi das noch ein bisschen verbessern und wir wollen vor allem auch diese Linie hier entfernen und diese einzelnen kleinen Linien entfernen. Das machen wir einmal mit Tick Inner Size. Zack, damit ist quasi das hier oben schon mal ein bisschen weg und wir wollen das Ganze hiermit auch noch weiter verbessern. Jetzt haben wir das auch noch entfernt. Was wir jetzt auch noch machen wollen, ist, wie gesagt, diesen Strich zu entfernen und dieser Strich, der hier an der Seite ist, ist unsere Domain, heißt das. Wenn ich das hier nochmal öffne, dann sehen wir, wir haben hier eine Klasse Domain. Das wird über D3 automatisch erzeugt. Ich finde das persönlich nicht ganz so schön, deswegen wollen wir das entfernen. Hierzu rufen wir wieder auf unsere eigentliche Gruppe eine weitere Call-Funktion auf und diese Call-Funktion selektiert uns jetzt einfach unsere Domain. Also innerhalb unserer Gruppe wird Select Domain ausgewählt über D3 und wir rufen jetzt einfach auf unsere Domain Remove auf. Wenn ich das abspeichere, wird das automatisch entfernt und wir haben diesen Strich nicht mehr. Wenn ihr natürlich so einen Strich haben wollt, könnt ihr das hier auch weglassen, dann würde der Strich weiterhin angezeigt werden. So, was uns jetzt auch noch fehlt, ist quasi diese Linien, die hier einmal komplett über den Screen rübergehen und um das zu erzeugen, brauchen wir, wie zu erwarten, natürlich eine weitere Call-Funktion. Und zwar sagen wir hier, wir haben eine Call-Funktion und die bezieht sich wie alles hier auch wieder auf ein G-Element, nämlich auf die Gruppe, unsere Achse quasi und hier selektieren wir jetzt unsere Linien. Weil wenn ich hier runtergehe und das mal ein bisschen vergrößere, was hier drin steckt, dann sehen wir jetzt hier unsere einzelnen Ticks, also das sind ja unsere einzelnen kleinen Label an der Seite und hier drin befindet sich immer unser Text, den wollen wir so lassen, aber auch eine Linie und diese Linie ist gerade 0. Und diese Linie wollen wir jetzt modifizieren, dafür sage ich, okay, innerhalb unserer Gruppe würde ich gerne alle Linien innerhalb einer Tick-Klasse und jedes dieser kleinen Elemente hat ja die Klasse Tick, seht ihr hier, wollen wir anfassen und in dem Fall möchte ich das Ganze einmal klonen und wenn ich das mache, passiert hier erstmal nicht sonderlich viel, also wenn ich das jetzt hier öffne, dann sehen wir, wir haben hier unseren Tick, aber wir haben jetzt zwei Linien. Einmal die Linien unseres eigentlichen Ticks und einmal eine Linie, die wir modifizieren können und diese modifizierte Linie, der geben wir jetzt erstmal ein paar CSS-Attribute mit. Das erste, was wir nämlich machen, wir sagen ein Attribute, nämlich Stroke Opacity auf 0,2, also das ist einfach die Deckkraft unserer Strichstärke und wir definieren einen Startwert unserer Linie. Wir sehen ja hier, wir haben y, x, 2, 0 und wir wollen jetzt aber wirklich einen Startwert definieren, das heißt, wir sagen x, 1,10, also wenn ich das abspeicher und hier nochmal reingehe, dann sehen wir, wir haben jetzt hier unserer Linie einmal die Stroke Opacity mitgegeben und einen Startwert und wir wollen natürlich einen Endwert definieren, dafür kopieren wir uns dieses Attribut einmal kurz und sagen x, 2, also den zweiten Punkt unserer Linie und hier sind wir natürlich nicht bei 10, ich schreibe jetzt einfach mal 150 rein, speichere das ab und ihr seht jetzt hier schon ganz schwach so graue Linien, wenn ich die Deckkraft erhöhe, sehen wir starke graue Linien. Ich lasse das erstmal so, wir revidieren das gleich, aber wir wollen das ja automatisch machen und nicht mit einer statischen Größe, was heißt, wir beziehen uns natürlich auf die Weite unseres Grafen, also sys.wiz, in dem Moment geht das ganz rüber. Das ist natürlich falsch, weil wir müssen hier einmal unseren Abstand abziehen von unserer Weite, den wir hier schon benutzt haben für unsere Ticks, das heißt, wir sagen minus sysmarginleft und natürlich nicht nur left, sondern wir wollen ja auch den marginright berücksichtigen, was heißt, wir ziehen zusätzlich von der Weite marginright ab und hier endet das jetzt korrekt auf der Weite. In dem Moment setze ich hier unsere Opacity wieder auf den von mir vorgesehenen Wert und wir speichern das Ganze so ab. Was man jetzt noch machen kann, nämlich das, ich habe hier jetzt ja zum Beispiel die Opacity direkt über CSS, also über JavaScript definiert, ich kann aber genauso gut die Ticks auch zum Beispiel über CSS definieren. Und einfach als Beispiel würde ich das gerne mal machen, und zwar kann ich hier unten einfach in unserem CSS-Wert die Ticks ansprechen und hier zum Beispiel sagen, ich würde gerne die Farbe verändern. Die Farbe wird jetzt weiß, ein bisschen anders, Deckkraft, also hier von unseren Ticks. Außerdem würde ich gerne zum Beispiel sagen, ich habe für die einzelnen Linien, die hier drin sind, kann ich sagen, okay, Stroke-Array, sage ich jetzt, dass hier quasi die Sachen gepunktet werden und hier Stroke-Offset, so dass wir hier jetzt quasi gepunktete Linien bekommen. In dem Moment, wenn ich jetzt hier hochscrolle und zum Beispiel hier sage, wir haben ganz deckbare Punkte, seht ihr, das sind jetzt gepunktete Elemente. Das lösche ich mal wieder raus, speichere das Ganze ab und was uns jetzt hier noch fehlt, wir sehen nämlich, dass unsere einzelnen Ticks quasi hier etwas zugewiesen bekommen, nämlich halt eine Stroke. Und diese Stroke wollen wir natürlich nicht zuweisen, sondern unsere eigentlichen Achsen sollen später keine solche Stroke bekommen. Deswegen können wir das noch ein bisschen weiter modifizieren und zwar sagen wir hier nicht Tick, sondern wir sagen Tick Line. In dem Moment beziehen wir diese Attribute nur noch auf unsere Linie und nicht mehr auf den Rest und wir können dann zum Beispiel sagen, unser Text innerhalb unserer Linie, das umfasse ich auch mal kurz in einem Geschichte, kann ich sagen, okay, wir haben hier einen Text und dieser Text bekommt jetzt von uns eine Font-Family, eine Farbe beispielsweise und eine Stroke-Wurst, wenn wir das haben, das lösche ich raus, weil brauchen wir gar nicht mehr. Das speichere ich jetzt ab und jetzt hat hier unsere Label hat weiß. Theoretisch, ob ihr das in CSS macht oder direkt in JavaScript, ist ganz euch überlassen. Ich wollte es einmal demonstrieren, es ist weder schlecht noch gut, also ihr könnt das komplett frei bestimmen, ob euch das besser gefällt, sowas in JavaScript oder in CSS zu lösen, macht keinen wirklichen Unterschied. Aber in unserem Moment sind wir fertig mit der Erzeugung unserer Y-Achse und können jetzt damit weitermachen, unsere X-Achse zu erzeugen. So, nachdem wir jetzt ja unsere Zahlenwerte beziehungsweise unsere Currency-Werte korrekt bestimmt haben, müssen wir jetzt natürlich übergehen und unsere Datums beziehungsweise Zeitwerte ebenfalls korrekt bestimmen. Auch hierfür brauchen wir wieder einen Scale, also wir brauchen für jede Achse immer einen Scale in D3 und dieser Scale heißt natürlich ja, X-Scale. Hier returnen wir uns etwas und auch hier benutzen wir wieder D3, also wir sagen, okay, wir haben D3, aber hier beziehe ich mich nicht auf einen Scale-Log, sondern auf einen Scale-Time, also wir wollen ja anhand von Zeit skalieren. Auch hier brauchen wir wieder eine Funktion Domain, das ist quasi immer gleich, wenn ihr irgendeinen Scale definiert und wir haben auch hier wieder eine Range. Allerdings keine Grounded Range, sondern einfach eine ganz normale Range. Auch hier brauchen wir wieder einen fachlichen Start- und Endwert und einen mathematischen Start- und Endwert und der mathematische Start- und Endwert ist relativ simpel, nämlich unser Startwert ist einfach margin.left und hier sage ich noch ein bisschen mehr Abstand, nämlich 50 Pixel und wir haben einen Endwert und das ist natürlich sys.getWiz. Aber getWiz haben wir so aktuell noch nicht, also diese Weite müssen wir uns einmal noch berechnen, weil das brauchen wir mehrfach. Dafür erzeugen wir uns hier eine Funktion, nämlich getWiz, ebenfalls eine Computed Function und returnen uns hier etwas. Und zwar returnen wir uns die Weite und die Weite nehmen wir einmal den Abstand links von weg und wir ziehen davon außerdem den Abstand rechts und, also links und rechts davon ab, speichern das Ganze ab und damit haben wir unsere mathematische Weite hier bestimmt und können jetzt dahin übergehen, unsere fachliche, beziehungsweise unsere eigentliche Domain festzusetzen. Unsere Domain besteht, wie gesagt, aus Zeitwerten, das heißt, wir brauchen zwei Date-Werte. Einmal New Date, Komma und dann noch einmal New Date. Das speichern wir erstmal ab und auch hier beziehen wir uns natürlich wieder auf unseren Datensatz, also Sys.data und hier auf unseren ersten Wert und hier drin beziehen wir uns auf die Zeit. Und das ist innerhalb von dem Datensatz, den wir von Lemon Markets bekommen, Punkt T. Also damit kriegen wir den Zeiteintrag dieses aktuellen Datensatzes und wir müssen dasselbe natürlich auch für unseren Endwert machen, nämlich hier New Date für unseren Endwert, ebenfalls halt einfach den Zeiteintrag. So wie wir das jetzt gemacht haben, wäre das natürlich derselbe Zeiteintrag, das ist natürlich falsch, sondern wir müssen am Ende sagen, okay, wir wollen die Länge, minus 1, also den letzten Zeiteintrag unseres Datensatzes als Endwert, sodass wir einen Scale bekommen von dem ersten zum letzten. Das speichern wir ab, mehr müssen wir hier gar nicht machen, damit haben wir den Scale auch schon abgeschlossen und wir können jetzt darin übergehen, auch unsere x-Achse zu erzeugen. Das machen wir genauso wie hier, wir sagen also, wir haben eine x-Achse, eine Funktion create x-Achses und diese Funktion return uns wieder etwas, nämlich in unserem Fall wieder ein g-Objekt. Diese Funktion rufen wir natürlich auch hier unten genauso wieder auf, also wir sagen, okay, wir haben jetzt hier unsere x-Achse, die wir hier erzeugen wollen und sagen, okay, wir rufen jetzt hier einfach unsere x-Achsen-Funktion auf. In dem Moment, wenn wir das getan haben und ich das Ganze abspeichere, passiert hier in der Seite noch nicht wirklich viel, wenn ich das mal aktualisiere, sehen wir, dass das Ganze lädt und wenn ich hier reinklicke und unser SVG untersuche, sehen wir, wir haben jetzt unsere Gruppe, wir haben hier unsere ganzen einzelnen Ticks, aber wir haben noch nicht wirklich hier drin irgendwie unsere Achse korrekt erzeugt, also da fehlt noch ein bisschen was. Und zwar das Erste, was wir auch wieder machen müssen, was wir gerade ja auch schon getan haben, an unser g-Objekt, das wir in unserer Funktion create x-Achse definiert haben, sagen wir auch hier wieder ein Attribut, auch hier sagen wir wieder, wir würden gerne ein Transform-Attribut benutzen und auch hier sagen wir, wir benutzen wieder ein Template-String, wo wir ein Translate festlegen. Anders als gerade eben starten wir aber, ja, diesmal hier an der Seite wirklich bei 0, also unsere Achse startet quasi Transform mit 0 und bekommt dann aber einen anderen Wert, genau Spiegelverkehr, zu unserer Y-Achse. Und zwar sagen wir hier, wir würden gerne uns auf die Höhe beziehen und von unserer Höhe einmal Margin Bottom abziehen, aber nur Margin Bottom abziehen reicht nicht, sondern wir müssen ja unsere Achse so ein bisschen zentrieren. Dafür nehmen wir das Ganze durch 1,5. Wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir hier drin, haben wir unser g-Objekt mit unseren ganzen Elementen. Aber irgendwas funktioniert hier noch nicht, muss man kurz runterscrollen. Und in dem Moment sollte das jetzt eigentlich korrekt geladen werden. Gucken wir mal. In dem Moment haben wir hier unsere Grafik und haben jetzt hier unsere Achse drin, also das hier ist unsere X-Achse, das hier ist unsere Y-Achse. Unsere X-Achse hat jetzt auch den korrekten Wert, allerdings sieht man natürlich noch nichts. Und das müssen wir jetzt editieren. Und um das Ganze zu editieren, sagen wir auch hier eine Font Size, also wir geben auch diese Achse eine Schriftgröße mit. Auch das könnt ihr, wie gesagt, einfach über CSS lösen, wenn ihr wollt. Ich gebe die Font Size immer gerne über JavaScript mit, weil man so die Möglichkeit hat, theoretisch das noch zu perfektionieren, zum Beispiel zu sagen, je nachdem, wie viel Platz man hat, kann man die Tickgröße verändern oder halt die Font Size verändern, zum Beispiel halt größer machen oder kleiner machen und so weiter. Auch hier wollen wir quasi als erstes einfach nur unsere Achse an sich erzeugen über die Call-Funktion wieder. Also wir sagen, wir callen wieder eine Funktion. Diese Funktion ist auch, wie gerade eben, einfach D3 und sagen jetzt aber, wir würden gerne eine Achse auf der unteren Seite, also Access Bottom mit dem Scale X erzeugen, speichern das ab und sehen jetzt hier unsere Datumswerte. Wow, es funktioniert, zumindest teilweise. Wir wollen das Ganze jetzt einmal ein bisschen modifizieren, also wir wollen einmal sagen, wir wollen gerne nur 5 Ticks. Das ist jetzt das, was es auch per Default hier schon erzeugt, wie man sieht. Was wir aber auch machen wollen, ist hier ein anderes Datumsformat zu erzeugen. Dafür sagen wir auch, wie hier unten, einfach unser Format wollen wir gerne editieren, aber unser Format ist natürlich keine Currency, sondern wir haben hier auch wieder einen Datensatz und aus diesem Datensatz würden wir gerne ein Date generieren. Also sagen wir hier Punkt Date und in unserem Fall sage ich einfach, wir wollen das mit JavaScript modifizieren zu einem To Local Date String. Theoretisch, der ein oder andere, der mit D3 schon was gemacht hat, wird wissen, es gibt auch jede Menge fertige, vor allem lokalisierte Daten von D3, aber das ganze Thema lokalisierte Daten mit D3 ist ein eigenes Video, das ist echt nicht wirklich einfach zu editieren und für ein einfaches Projekt ist das hier erstmal ein guter Start. Vergesst aber nicht, wenn ihr das zum Beispiel in Produktion macht, gibt es für diese ganzen Datumswerte, Zeitwerte und so weiter wirklich einfach lokalisierte Daten, sodass je nachdem, welche Lokale auf eurem Projekt gesetzt ist, das Diagramm sich selbst anpasst und zum Beispiel dann Euro, Dollar oder halt zum Beispiel auch andere Zeitformatierungen vornimmt. Das nur vorneweg, das hier ist quasi so eine Custom-Formatierung für mich, das ist nicht der beste Weg, den man hier wählen kann. Auch wollen wir wieder diese kleinen Striche hier über unseren Achsen entfernen, beziehungsweise über unseren Ticks entfernen, das mache ich wieder mit Ticks heißt Outer 0, Ticks heißt Inner 0, speichere das ab und das ist jetzt quasi weg und wir wollen auch hier wieder unsere Domain entfernen, das heißt auf unseren Call hier unten rufe ich einen weiteren Call auf, wo ich auch wieder einfach die Domain in unserer Gruppe entferne. In dem Moment ist das weg, das sieht auch schon mal wunderbar aus und in dem Moment ist hier unsere Zeiteinheit, die wir hier definiert haben, theoretisch schon gar nicht schlecht, allerdings noch nicht abgeschlossen. Und zwar sieht das ja ein bisschen komisch aus, dass wir hier keinen richtigen Startwert haben und hier hinten keinen richtigen Endwert, sondern wirklich nur die Werte, die wir aus unserer Domain bekommen. Das Schöne ist, D3 bietet uns hier eine ziemlich einfache Möglichkeit, das einfach nice zu machen. In dem Moment speichere ich das ab und wir sehen, wir haben jetzt eine schönere Verteilung unserer Achse in unserer Grafik und damit haben wir unsere beiden Achsen auch schon final erzeugt, also wir haben jetzt unsere x-Achse, unsere y-Achse und können damit wunderbar arbeiten. Was uns jetzt fehlt, sind unsere eigenen Candle Chart Elemente und das ist quasi der nächste Part. So, dann geht es mal weiter mit dem eigentlichen Erzeugen unserer einzelnen kleinen Mini Elemente und das erste, was wir hier machen, wir definieren uns in unserer Call, also Draw D3 Funktion, eine Variable, die nennen wir einfach Data Container und diese erwartet von uns unser SVG Element, das wir hier oben definiert haben und ruft eine Funktion auf Create Data Container. Das müssen wir jetzt natürlich definieren, weil unser Data Container existiert natürlich noch nicht, dafür definiere ich mich hier oben eine Funktion und diese Funktion erwartet von uns, wie gesagt, ein SVG, das muss ich mal eben copy-pasten und sage, okay, wir haben hier unser SVG und unser SVG returned auch einfach, also unsere Funktion returnt auch einfach direkt wieder dieses SVG und hier erzeugen wir uns jetzt ein G-Element, also wir gruppieren alle Elemente und sagen hier drin erst mal wieder, wie gesagt, ich mache das mal gerne über JavaScript, ihr könnt das genauso gut über CSS lösen, einmal, dass alle Stroke Line Caps, also die Enden einer Stroke quasi rund sind und wir sagen, dass unsere Strokes an sich eine Farbe haben. Das hier ist dieser Gelbton, aber der ist quasi nur ein Fallback, wir werden das gleich eh noch ein bisschen überschreiben, ansonsten sagen wir jetzt, wir selektieren hier drin jetzt unsere G-Elemente und rufen jetzt quasi einfach unser Data auf, das ist eine D3-Funktion, wo wir unsere Data übergeben und alles, was hier nachkommt, erzeugt jetzt quasi einzelne kleine Elemente und zwar sagen wir Join G, also wir erzeugen uns jetzt eine Gruppe für jedes einzelne Element und jeder dieser Gruppen geben wir einen Candlebar als Klasse, in dem Moment speichere ich das jetzt ab und wenn wir hier reingehen und ich jetzt hier in dem SVG bin, sehen wir, wir haben unsere Achse, unsere zweite Achse und eine Gruppe hier unten und diese Gruppe bekommt von uns alle Elemente, die in unserem Dataset sind, also wir haben jetzt ganz viele G-Elemente erzeugt mit jeweils einer Klasse Candlebar. Um das ein bisschen besser zu visualisieren, können wir beispielsweise hier oben auch noch eine Klasse erzeugen und sagen hier einfach Dataset. In dem Moment, whoops, fehlt mir hier eine Klammer bzw. ein Anführungszeichen. So, was wir jetzt aber sehen, dass unsere Dataset-Klasse hier oben quasi bei 0,0 startet und das ist auch gut so, weil die soll über den gesamten Screen gehen. Was wir jetzt machen wollen, ist hier diesen einzelnen kleinen Gruppen jeweils ein Transform mitzugeben. Das machen wir, indem wir einfach an diese Gruppe eine weitere Funktion dranhängen, nämlich Transform und hier übergeben wir dann das Dataset aus dieser Gruppe, also je nachdem, was hier hinterlegt ist, bekommen wir hier das Dataset und jede dieser Funktionen, die wir hier aufrufen, returnt uns natürlich etwas. In unserem Fall returnt uns das immer einfach den Translate, also den Wert, den wir haben. Wir wollen immer, dass jedes Dataset, was wir hier zeichnen, 100% der Höhe einnimmt. Deswegen sage ich jetzt hier, okay, die Höhe startet immer ganz oben, aber wir wollen das Ganze ja verteilen auf der x-Achse, also auf unserer Zeit und hierfür sagen wir New Date und beziehen uns jetzt hier auf den Zeiteintrag unseres Wertes und wenn ich das jetzt abspeichere und ich das hier nochmal öffne, dann sehen wir, dass unsere Werte jetzt hier drin gesetzt sind, also jede unserer Gruppen bekommt jetzt quasi einen Translate, aber das hier sieht natürlich noch nicht richtig aus, sondern wir übertragen gerade einen Datumswert als Translate, das war ein Fehler meinerseits, sondern wir müssen uns hier auf unsere Scale-Funktion beziehen, die wir definiert haben und unsere Scale-Funktion, wenn ich das jetzt abspeichere und nochmal öffne, return uns jetzt eine korrekte Einheit, wo dieser Balken sein muss. Also wir sehen, umso weiter ich runtergehe, umso weiter rüber gehe ich mit meinem Balken, das sieht also schon mal wunderbar aus. Was wir jetzt machen müssen, ist, das Ganze noch ein bisschen zu verschönern. Also wir haben jetzt unseren Container erzeugt, aber wir haben natürlich noch keine Linien, keine Elemente, kein nichts. Und um das zu machen, brauchen wir jetzt eine weitere Funktion, dafür gehen wir wieder hier unten in Draw D3 und rufen unseren High-Low-Linie auf, weil das Wichtige ist, ein Candle Chart besteht immer aus einer High-Low-Linie und einer Open-Close, also so einen kleinen Bereich, so einen dickeren Bereich in der Mitte und so einer dünnen Linie. Und in D3 beziehungsweise in SVGs werden alle Elemente der Reihenfolge der Erzeugung gesteckt, wie in Layer in Photoshop. Das bedeutet, wir beginnen mit dem hintersten Element. Und das hinterste Element ist in unserem Fall diese High-Low-Linie. Dafür erzeugen wir uns hier eine Funktion, die nennen wir Create High-Low und übergeben hier unseren Data-Container als Grundlage. Und unsere High-Low-Linie müssen wir, wie gesagt, jetzt als Funktion definieren. Machen wir einfach direkt hier drüber, nämlich High-Low, zack, und bekommen hier unseren Data-Container. Das ist auch das, was wir hier als Ausgangspunkt benutzen. Diese Funktion returnt uns nichts, also die bezieht sich direkt hier drauf. Das können wir auch ein bisschen besser deutlich machen, indem wir hier Void reinschreiben. Ansonsten sagen wir, okay, wir fügen jetzt als erstes einfach eine Linie hinzu. Und eine Linie hat immer zwei Attribute. Nämlich einmal einen Startwert, das ist y1 und natürlich nicht nur einen Startwert, sondern auch einen Endwert, wo sie quasi hingeht. Das ist in unserem Fall y2. Außerdem wollen wir unsere Stroke definieren. Unsere Stroke definiere ich einfach mal dahinter und sage hier, okay, wir haben eine Stroke und diese Stroke bezieht sich später auf unser d, also auf unser Datenelement. Und unser Datenelement ist ja typisiert, also wir wissen, wir haben hier drin einen OHLC-Wert. Dieser OHLC-Wert returnt uns erstmal nicht, darum kümmern wir uns gleich. Das Ganze speichere ich jetzt ab und wir haben jetzt hier theoretisch Linien erzeugt. Also wenn ich jetzt reinklicke und das Ganze öffne, sehen wir unsere Dataset und jede unserer Gruppen hat jetzt eine Linie. Diese Linie braucht jetzt wie gesagt einen Start- und Endwert und unser Startwert bezieht sich bei der Linie immer auf Komma und dann unser Data-Element und hier wieder auf unsere Scale, nämlich hier in unserem Fall auf die Y-Scale. Und unsere Y-Scale erwartet von uns den niedrigsten Wert quasi als Startwert. Das ist hier L. Und dann wollen wir das Ganze natürlich einmal duplizieren und zwar auf unseren Höchstwert. Das ist in diesem Fall H. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment, wenn ich das hier einmal aktualisiere, bekommen wir jetzt Linien hier angezeigt, wunderbar, in gelb. Das haben wir hier oben definiert, dass das dieser gelbe Ton ist. Allerdings wollen wir natürlich diese Linie einfärben in dem Moment, ob das Ganze positiv war an dem Tag oder negativ. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir hier unten statt einer leeren Stroke etwas zurückgeben, nämlich in diesem Fall eine Funktion green or red. Diese Funktion muss natürlich definiert werden. Der Funktion übergeben wir unser Daten-Element und sagen hier oben, okay, wir haben die Funktion green or red und die return uns einen String. Und zwar sagt die, okay, wenn unser Open-Preis also kleiner ist als unser Close-Preis, also wenn der Wert innerhalb des Tages gestiegen ist, dann return uns eine Farbe, nämlich in diesem Fall einfach einen grünen Wert. Und in dem Moment, wenn das Ganze kleiner ist, also der Wert gefallen ist, dann return uns einen roten Wert. Das speichere ich jetzt ab und jetzt sehen wir, an welchen Tagen quasi unser Kurs gestiegen und an welchen der Kurs gefallen ist. Das funktioniert also auch wunderbar und wir haben jetzt unsere kleinen Linien gezeichnet. Es geht jetzt aber weiter, weil wir haben ja nicht nur diese Linien, sondern auch unsere eigentlichen Blöcke und das ist die nächste Funktion, die wir brauchen, nämlich wir beziehen uns jetzt nicht auf High-Low, sondern auf Open-Close. Und diese bekommt natürlich auch eine Funktion, die wird genauso wie hier unten aufgerufen. Also wir rufen hier jetzt nicht die High-Low, sondern die Open-Close-Funktion auf, übergeben auch hier unser Dataset und auch hier sagen wir, wir erzeugen uns einfach eine Linie. Und diese Linie, die wir hier erzeugen, hat auch wieder einfach einen Start- und Endwert. Hängen wir hier einfach dran. Allerdings beziehen wir uns jetzt nicht auf L und H, sondern in unserem Fall auf Open und Close. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben hier jetzt wieder gelbe Linien drin, weil wir hier noch nicht die Farbe definiert haben. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch einfach die Farbe dran setzen, aber wir können das Ganze auch noch ein bisschen verbessern, ein bisschen Mainstream und sagen jetzt, okay, hier oben die Farbe löschen wir einfach direkt raus, weil wir können ja direkt an unsere Linien hier rein, unseren Stroke hängen. Das heißt, wir können diese Funktion auch direkt hier drin bearbeiten und könnten das dann hier und hier unten einfach entfernen. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, werden die Linien direkt eingefärbt. Wunderbar funktioniert. Top und ist ein bisschen sauberer, weil das jetzt an einem zentralen Ort abgewickelt wird. So, natürlich brauchen wir jetzt noch die Größe, also damit wir definieren können, dass unsere Open-Close-Preise ein bisschen besser sichtbar sind und dafür brauchen wir ein Attribut. Das fügen wir einfach hier unten an, nämlich StrokeWiz und unsere StrokeWiz bezieht sich auf unsere Elementengröße und dafür machen wir einen Computed Value, nämlich GetElementWiz. Und GetElementWiz definieren wir einfach hier oben, wie gesagt, als Computed Value. Das wollen wir einfach hier abfragen können, beziehungsweise definieren wir hier jetzt, zack. Und was returnt uns das? Wir wollen die Weite unserer einzelnen Elemente ein bisschen berechnen. Also wir definieren uns erstmal eine Variable anhand der Menge der Elemente, die wir hier haben. Also wir haben hier eine gewisse Größe. Das definiere ich einfach mal als ThisWiz. Das ist die Weite unseres Canvas, unseres gesamten Diagramms. Und das wollen wir jetzt in Referenz setzen zu der Anzahl unserer einzelnen Datenelemente. Das returnen wir jetzt einfach mal und speichern das Ganze ab. Und jetzt sieht das ein bisschen komisch aus. Sieht noch nicht so ganz richtig aus. Und das können wir nämlich noch ein bisschen verbessern. Einmal wollen wir hierzwischen noch ein bisschen Abstand erzeugen. Das heißt, wir machen mal 0.4. Und in dem Moment werden die einzelnen Elemente schon ein bisschen schmaler zueinander. Aber wir können das Ganze jetzt auch einschränken. Und zwar können wir zum Beispiel hier eine Condition drauflegen und sagen, wenn unsere Element Width größer ist als 15, dann returne einfach 15 als maximale Breite. Ansonsten returne Element Width. Ihr könnt hier theoretisch auch einen Min-Wert reinlegen, sodass ihr damit skaliert. Wenn ich das Ganze jetzt nämlich abspeichere und beispielsweise in unserer Datei mal unser Datumswert verändere, also ich jetzt nicht quasi so viele Werte abgreife, sondern wir haben jetzt ja vom 30.07. zum 15.06. ich sage jetzt mal vom 15.07. zum 30.07. aktualisiere und hier einmal neu lade, dann sehen wir, dass wir hier deutlich größere Graphen haben, weil wir ein viel kleineres Zeitfenster definiert haben, also weniger Data Elemente benutzen. Das mache ich jetzt mal eben wieder rückgängig, speichere das Ganze ab, sodass wir wieder viele einzelne Elemente sehen. Das sieht ein bisschen interessanter aus. Prinzipiell haben wir somit einmal unsere Elemente jetzt automatisch erzeugt. Wir haben einen Open Close Wert automatisch erzeugt und das alles korrekt eingefärbt. Was uns jetzt noch fehlt, ist dieser Mouse-Over-Effekt, dass wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, sich das alles korrekt verhält und wir hier unsere Detailinformationen verändern. Das kommt im nächsten Kapitel. So, den letzten Part, den wir in diesem Video angehen wollen, ist ja wie gesagt unser kleiner Mouse-Over-Effekt. Hierfür brauchen wir ein letztes Element. Dieses Element wird natürlich auch hier unten in unserem Draw D3 aufgerufen, nämlich Create Overlay. Hier beziehe ich mich auch wieder auf unseren Data Container und unser Overlay, wie der Name schon sagt, liegt über unseren gesamten Datensatz. Also brauchen wir jetzt erstmal eine Funktion Get Overlay. Die sieht genauso aus wie Create Open Close, Create Low Line und so weiter. Also das können wir einfach hier genauso definieren. Und hier drin passiert auch etwas sehr ähnliches. Wir erzeugen uns nämlich auch hier wieder einfach eine Linie. Auch hier wird wieder unsere Linie definiert, aber nicht anhand unseres Datensatzes, sondern wir starten mit unserem Margin Top und wir enden quasi über unserer Achse hier unten und unsere Achse da unten endet ja auf this high minus Margin Bottom. Das definieren wir und so haben wir jetzt die Linien quasi hier gezeichnet. Das sieht schon mal wunderbar aus. Wir wollen aber auch hier unsere Weite des Elementes definieren über die Weite, die wir berechnet haben, also Stroke with und dann this get element with. Also wie auch hier oben bei unserem Open Close. Wenn ich das abspeicher, geht unser Overlay komplett über die gesamte Linie. Das sieht schon mal ganz korrekt aus. Das nächste, was wir machen wollen, wir wollen auf unsere einzelnen Elemente, die wir hier haben, unseren Datensatz drauflegen, sodass wir den einfach wieder abfragen können. Das machen wir ganz simpel. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich finde den aber am angenehmsten, wenn wir einfach mit dem normalen JavaScript arbeiten, also einen Data Element definieren und hier unser Data Element einfach zuweisen. Also wir sagen, okay, unser Data Element, das wir hier erstellen wollen und hier unseren Zeitwert übergeben wir. Wir können aber theoretisch in ein Data Objekt natürlich nur ein String legen, deswegen übergeben wir das als String. Wenn ich das jetzt abspeicher und hier mal mir angucke, dann sehen wir, unsere Linie bekommt jetzt als Data.date, also minus Date, unseren String hier übergeben und das Schöne ist, wir können das jetzt editieren. Wie gerade gesagt, können wir unsere Optik aber ein bisschen verändern, weil so sieht es nicht wirklich schön aus und wir übergeben hierfür einfach die Klasse Background und die Klasse Background bekommt von mir jetzt über CSS ein paar Werte. Wie gesagt, ihr könnt hier switchen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch auf einen Wert einigen. In meinem Fall möchte ich die Animation gerne mit CSS machen, was heißt, ich sage standardmäßig hat die ein Background 0. Wir definieren uns hier die Farbe, also sie ist nicht sichtbar. Die Farbe ist quasi weiß und wir sagen, okay, wir haben hier einen Pointer, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, verändert sich nämlich jetzt schon mal mein Mauszeiger. Wir definieren uns eine Animation einfach über CSS mit Transition 250 All und definieren uns jetzt ein Mouse Over, dass, wenn ich mit der Maus darüber gehe, unsere Opacity auf 0, also auf 5 Prozent geht. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehen wir, ich habe wunderbar einen kleinen Animationseffekt. Den könnt ihr natürlich editieren. Ihr könnt ihn auch stärker machen, beispielsweise, wenn ihr wollt. Ihr könnt die Farbe verändern, da sind euch keine Grenzen gesetzt. Also damit haben wir quasi unseren kleinen Animationseffekt erzeugt. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist unsere eigentliche Interaktion. Und Interaktionen sind ganz einfach in D3. Wir können nämlich hier einfach eine Funktion callen, nämlich on. Und on ist ähnlich wie addEventListen. Also wir erzeugen uns hier jetzt quasi ein EventListen auf ein Event, in unserem Fall auf ein Maus Enter. Dieses Event, was wir hier drin haben, ist genauso wie wenn ihr über ein normales Element mit JavaScript ein Maus Enter legt. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel mit Raute Event, Dollarzeichen Event Punkt Target Punkt Dataset unser Dataset ansprechen und zwar hier das Dataset Date. Das Ganze wollen wir jetzt zuweisen. Also wir definieren uns eine neue Variable, nämlich constSelectedData. Das ist halt ein OHLC-Wert und dieser OHLC-Wert bezieht sich auf unser Dataset. Und hier versuchen wir jetzt, unser Datensatz zu finden. Und unser Datensatz, den wir finden wollen, bezieht sich natürlich auf unsere OHLC-Datensätze. Und hier sagen wir jetzt Element Punkt T gleich, gleich, gleich. Und jetzt benutzen wir hier unseren eigentlichen Datensatz, den wir ja hier zwischenspeichern und sagen, okay, wenn unsere Zeit gleich der Zeit ist, dann haben wir das Element gefunden und wir können jetzt einfach unseren Emit nutzen, also Sys.DollarEmit und emitten mit unserer Komponente über View ein Event. Und dieses Event heißt UserSelection und selektieren oder emitten jetzt einfach als Event Wert unser Datensatz. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier rübergehe, sehen wir, die Zahlen hier oben verändern sich, weil wir ja unser Event UserSelection, das wir hier unten definiert haben, aufrufen, was dann in unserer Parent Component in LemonMarketChart ja verarbeitet wird. Also hier hören wir auf dieses Event und in dem Moment rufen wir die Change-Funktion auf, die uns einfach unseren State zuweist, was dann wiederum in LemonMarketChart OHLC die Werte neu generiert. Also wenn ich hier drübergehe, generieren wir quasi immer neue Werte und haben so einen kleinen wunderbaren Mouse-Over-Effekt erzeugt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Prinzipiell, ihr seht ja, wie viel Code hier entstanden ist für einen relativ kleinen Chart. D3 hat hier einzelne Nachteile, aber auch viele Vorteile, weil ihr habt so die Möglichkeit, alles hier dran zu verändern, die Farben zu editieren, die Größen zu editieren, das Verhalten zu editieren. Ihr könnt beispielsweise, da wir ja wissen, wir stellen gerade Tage da, ein Event hier drauflegen, dass wenn ich hier drauf klicke, zum Beispiel eine neue Abfrage an LemonMarket geschickt wird, wo ich dann die Informationen auf Stundengröße für diesen Tag bekomme und sich das Chart entsprechend verändert. Gleichzeitig kann ich dann noch einen weiteren Klick drauflegen, um zum Beispiel dann auf Minutenebene runterzugehen und ebenfalls dann unseren Zeiteintrag hier unten zu verändern. Wenn ihr sowas bauen wollt, müsst ihr natürlich die Achse noch ein bisschen editieren. Also ihr müsstet dann beispielsweise die Scale, die wir definiert haben, nicht auf Datumsbasis formatieren, also hier nicht to local date string, sondern zum Beispiel abfragen, wird das hier gerade als Tag, Stunde oder Minute dargestellt und dann entsprechend zum Beispiel anders formatieren. All solche Möglichkeiten stehen euch offen. Schreibt doch mal in die Videokommentare, ob ihr das selbst mal einsetzen werdet, ob ihr Erfolg hattet, das Video hier nachzubauen, weil es ja doch schon deutlich komplizierter ist als meine üblichen Videos und ob ihr Interesse habt an mehreren Videos auch mit LemonMarkets, wo wir zum Beispiel dieses Diagramm zum Beispiel weiter verfeinern oder auch sowas bauen, wie halt einen ETF-Sparplan oder so etwas. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!